Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen GTA Online Video und heute habe ich mal wieder für euch was richtig cooles dabei. Wahrscheinlich haben sogar schon die meisten drauf gewartet wieder. Und zwar ist heute wieder der Tag, da ich diese 20 Millionen GTA Doll auf der Lose im Stream am Freitag. Ich werde dieses Video heute einfach mal ein bisschen kürzer gestalten als sonst. Einfach, weil ich in letzter Zeit einfach bemerkt habe, okay, ich labere viel zu viel um den Brei und ich muss das jetzt auch nicht unbedingt auf die 8 Minuten strecken. Also, lass es einfach raus. Erstmal muss ich aber trotzdem mal ganz kurz etwas loswerden. Und zwar, ich habe ja im letzten Gewinnspiel, hat ja JP gewonnen. Der ohne Profi-Bild. Da ist ein JP Gaming drin gewesen oder auch ein JP. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt selber nicht, um was es da richtig ging. Der Typ hat irgendwie ein Video gegen mich hochgeladen, dass ich irgendwie Gewinnspiel fake oder sowas, was gar nicht gestimmt hat. Derjenige hat gar nicht dieses Gewinnspiel gewonnen. Es war derjenige ohne Profi-Bild. Falls du es verpasst hast, kannst du einfach gerne mal unten in der Videobeschreibung bei dem Video vorbeischauen. Und zwar NoAimYeah hat ein Video darüber gemacht und zwar das Ganze ein bisschen detaillierter, einfach ein bisschen aufgeklärt. Kann es auf jeden Fall gerne dir mal gönnen. Dann bist du da auf jeden Fall auch mal auf dem neuesten Stand. Und ich möchte natürlich ganz kurz schon ehrlich sein und zwar JP, falls du das siehst, guck unbedingt mal ganz kurz schon auf Instagram. Ich habe dir was geschrieben, das ist wichtig für deinen Gewinn. Um bei diesem Gewinnspiel dabei zu sein, also wenn du diese 20 Millionen GTA-Dollar gewinnen möchtest, musst du jetzt einfach das beachten und das auch machen, was ich jetzt sage. Und zwar einmal diesen Kanal abonnieren, dieses Video liken und in der Videobeschreibung auf Instagram die Sachen befolgen, was ich euch auch auf Instagram im letzten Bild in der Beschreibung hingeschrieben habe. Wenn du dies alles gemacht hast, dann bist du auch bei diesem Generator drin und mit ein bisschen Glück gewinnst du diese 20 Millionen GTA-Dollar. Ein bisschen Abwerbung muss ich aber trotzdem mal ganz kurz schon machen. Und zwar, falls du jetzt irgendwie nicht abwarten kannst mit Geld oder mit GTA-Geld oder sowas, schau unbedingt einfach mal bei meinem Partner vorbei, unlockall.org. Da kannst du dir einfach ganz günstig, kannst du dir GTA-Geld kaufen mit dem Rabattcode Kloper, so wie mein YouTube-Kanal heißt. Bekommst du sogar noch 10% Rabatt. Damit unterstützt du mich natürlich. Musst du nicht machen, kannst du aber machen. Wenn du jetzt unbedingt was brauchst, dann gönn dir da auf jeden Fall was. Es ist auf jeden Fall viel, viel günstiger als irgendwelche Shark-Cards in GTA. Ansonsten würde ich sagen, das war es jetzt aber auch schon mit dem heutigen Video. Wie gesagt, sorry, dass heute einfach mal ein bisschen kleineres Video gekommen ist. Aber ich will das Video jetzt nicht unnötig rumstrecken. Leute, dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.